Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir nochmal Dino die Zeitreise ein Paket aufmachen und wir fangen hier gleich damit an. Ihr wisst ja, den Code gibt es dann nachher, kurz bevor die Figuren auf den Teller kommen. Wir nehmen jetzt erstmal die Eier raus. Hier oben sind die Dino-Eier und hier ist das Spielzeug. So, dann fangen wir mal an. Mit dem ersten Ei und dem ersten Spielzeug. So, und da haben wir als allererstes wieder hier von Sprinti. Eins dieser Motorräder. So, machen wir Spielzeug Nummer 2 auf. Und wir haben da ein neues Spielzeug. Mal gucken, was das ist. Tja, irgendwie so ein Schreibding mit... So, so sieht das Spielzeug aus. Also, das hier ist wohl zum Schreiben. Ja, und hier sind diese verschiedene Karten da. Sind meistens doppelt... oder sind alle doppelt. Ist also quasi so als... ja... Memory Spiel. Was man dann anmalen kann. Gut. Aber jetzt kommen wir vom Wesentlichen zu den Drachen. Und jetzt bin ich mal gespannt drauf, was jetzt hier uns erwartet. So, wir machen das mal auf. Und da haben wir als allererstes... ja... wieder einen Dino, den wir doppelt haben. Nämlich den hier. Wir haben bis jetzt dreimal den. Jetzt haben wir auch dreimal den und einmal den. So, ich baue den mal kurz zusammen. So. So sieht der kurz so aus. Und jetzt machen wir den Drachen Nummer 2 auf. Und es ist jawoll... Und es ist jawoll... Den... Also, den... Allbekannten... Allbekannten... Dinosaurus... Oder was auch immer das sein soll. So... Ich baue den jetzt mal schnell zusammen. So sieht das aus. Auch hier kann man wieder die Schnauze aufmachen. So. Ja, und wie versprochen gibt es jetzt wieder den Code, aber wieder mit der Bitte, schaut euch das nur einmal an, weil der Code ist nur zehnmal abrufbar und lasst bitte für die anderen dann auch noch, dass die ersten zehn wenigstens sich das Hörspiel hier auf Kinderüberraschung anhören können. So. Ja, und jetzt bleibt dran, dann seht ihr die Figuren nochmal in einer Ansicht auf den Teller. Also bis gleich. Ja, und jetzt bleibt's. Bis zum nächsten Mal.